Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frontiers of Pandora mit Operbario von Holston TV. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Dankeschön fürs Dabeisein. Ach du bin vergessen. Wir haben keine Waffe und dies. Nein, unten bleiben. Ist ja schön. Aber wo springe ich denn hin? Ist er drüber oder was? Ah. Aha. Lange drücken und dann nochmal kurz loslassen. Ich muss übersehen. Von da sind wir gekommen, ne? Hier muss irgendwo eine Öffnung sein. Ja eben, eben. Dann macht er nur hier hoch. Eigentlich schon irgendwo da oben. Oh. Hier denke ich noch irgendwo. Ah. Oh. Oh. Was ist das schon? Verrückter! Was ist das schon? Und dann, was ich? Ah, so wird unten. So. Oh! Nein, ich bin dran. Was war das? Nichts! Hey! Ihr seid doch nicht an der Höhe! Das sieht gut aus! Das war ein Ritterarm wieder für den Wiener Schicksal. Klapp! Was war das? Nichts! Hey! Ihr seid doch nicht an der Höhe! Das war ein Ritterarm wieder für den Wiener Schicksal. Nein, nein! Klappiere! Schau! 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 Noch ein Erfolg! Hier drüben! Bist du okay? Hier, nimm das! Ein Headset? Steck es in dein Ohr! Das ist unsere Frequenz! Okay. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden mich. Du musst weg! Jetzt! Warte! Wie heißt du? Soplek! Einer der Letzten meines Clans. Dieses Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter! Schnell und leise! Los! Hörst du mich? Ja! Diese Soldaten sind überall! Ganz ruhig! Atme! Such einen Ausweg! Geh! Oh! Er. Einer derer. Er. Der Werf! Die Sitzung wird abon sammelt. Gerne! Er. 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 Wir tun, wenn man aber die Wettegren mitz Rate und den Stifik bett. Er. 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 Was ist das? Sotlek, hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Ich habe keine Ahnung. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. Ja. Das war meine Philippe. Würde ich mal sagen. Hierdank, ne? Ich hasse Nachtschichten. Warum haben die Blaue eingefroren? Hör auf zu glotzen. Du hast Harding gehört. Wir müssen sie finden. Hey, was war das? Hallo? Seid ihr noch hier? Ich habe einen gesehen, der an eine Liane gezogen hat. Wir wollen nur reden. Wir haben Geschenke. Hat ihn gut 100 Meter weit geworfen. Netter Versuch. Angenehme leichte Brise heute. Wieso habe ich mich nicht fürs MPA-Training beworben? Das war die Büchse. Die Kiste. Die Büchse war das. Ich verstehe nicht, wieso diese MPAs eine so große Nummer sind. Wumsch. Ich wollte den... Ich wollte den wie Waffen wegnehmen. Ich glaube, die Blauen haben zu viele von diesen irren Pilzen gegessen. Oh. Das war knapp. Lasst sie nicht entkommen! Tötet sie! Alter. Boah, mir tut halt schon weh. Oh, wie wieder? Wieso bin ich nicht zuhause geblieben? Oh. Ich wollte nur mal gucken, ob wir... ...die dukt sind oder... ...denn. Hast du gestern diese Käfer gesehen? Hurra. Boah, die Turnhalle ist verschlossen. Ich such nach nem Weg. Bleib wachsam. Wunderlich ist das. Wunderlich ist das Schluss. Wunderlich ist das Schluss. Wieder zurück. Wieso sind sie immer so abfällig? Wir waren alle mal in Van Ritten. Ist von der anderen Seite verbaut? nie. Ehm. Auf diesem Mond gibt es Käfer, die größer sind als ich. Mit dazu passender Mannen. Ich will doch gucken. Da komme ich ja nicht durch. Ich bin nur hier um Navi zu töten. Navi zu töten. So, da kann man nicht raus. Wir sind vom Teil schon. Wir sind nicht. Nein. Wieso bin ich nicht zu Hause geblieben? Ich wünschte, ich könnte diese verdammte Maske abnehmen. So. Warte. Okay, jetzt nimmt er auf. Ich habe also hier gerade hier im Verteilerkasten hat es gefunkt. Ihr habt also hier Kabel verbunden. Hier direkt bei uns. Da, wo der Marker ist. Zwei Kabel verbunden und jetzt ist die Tür offen. So haben wir es. Ich bin nur hier, um Navi zu töten. Sehr schön. Wo soll ich denn hin? Ich kann nicht da weiter. Es gefällt mir hier nicht. Kein bisschen. Jetzt haben wir die Tür offen. Aber. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hast du gestern diese Käfer gesehen? Hurra. Der Tag ist fast vorbei. Das war seltsam. Das war seltsam. Ja, diese Tür da. Diese Tür da. Die Tür buschen müsste. Die sollten uns hier mehr Training geben. Das war verdammt schräg. Ich bin nur hier, um Navi zu... Bin aus der Turnhalle raus. Gut, dann geh jetzt zu. So, Leck! Die Türen mit grünem Licht oben drüber. Also, zur groben Orientierung. So, vermute ich jetzt mal. Ach, erste Pandora-Pflanzen. Geile Farben, oder? So, hoops. So. Am besten gleich, am besten gleich wieder schleichen. So, ob ich jetzt gut mitgefahren würde ich mal sagen, behalten wir bei, ha? Erstmal, bis wir raus sind. Was heißt, bis wir raus sind? Da sind wir reingesprungen. Da reingesprungen. Und können. Na. Hier wieder raus, oder? Ja, ich suche irgendwo anders. Richtig, richtig. Wie lange haben wir geschlafen? Ey, wieso bin ich? Warte schon wieder los. Da. So, Leck, empfängst du mich? Oh, ich hab doch nichts. Erwischt. Ausgeschnappt, Harding? Oh. So, Leck, bist du okay? Okay.